Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 24.12. und falls ihr Weihnachten feiert, wünsche ich euch frohe Weihnachten, einen schönen Heiligabend. Auch wenn ihr das Video wahrscheinlich erst am 25. sehen werdet, dachte ich mir, ich lade weiterhin regelmäßig hoch, damit ihr zwischendurch vielleicht so eine kleine Auszeit von dem ganzen Familientrubel habt. Oder falls die Zeit für euch schwierig ist, ein paar schöne Minuten mit mir verbringen könnt. Ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe. Weihnachten ist nicht immer einfach für alle. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video so ein klitzekleines bisschen aufmuntern kann oder ein bisschen ablenken kann. Ich bin heute mit euch hier versammelt, um ein bisschen Tea zu spillen, denn 2021 neigt sich dem Ende. Und ich habe hier einige Produkte vor mir, die dieses Jahr rausgekommen sind oder die ich dieses Jahr auch erst entdeckt habe. Und die mich ziemlich enttäuscht haben. Egal auf welcher Grundlage, ich höre das immer wieder dazu sagen. Hier sind Produkte dabei, die für mich ihr Geld nicht wert sind. Firmen, die mich persönlich geärgert, verärgert haben. Und ja, ein bisschen Tea und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Ich lasse mir heute Zeit, um das Video auch ein klitzekleines bisschen länger zu machen. Und ich würde vorschlagen, wir starten mit dem ersten Produkt. Ihr wisst, ich habe eine komplette Review zu Nimya gemacht. Nimya ist die Eigenmarke von Niki Tutorials. Und ich habe das komplette Set gekauft mit dem License to Glow Serum, dieser Creme, dem Setting Spray und diesem Ventilator, den ich sehr, sehr gerne benutze. Und das Setting Spray benutze ich auch gerne. Aber was mir aufgefallen ist, ihr habt es mitbekommen, die Creme habe ich auch schon weggemacht. Und es gab auch noch so einen Cooling Eye Stick. Das Einzige, was ich behalten habe, war das Setting Spray und dieses Serum, weil das nicht parfümiert ist. Der Duft von diesen Nimya Produkten ist für mich grenzwertig unverschämt. Eine Zumutung. Das ist so intensiv. Der Duft ist sehr, sehr schön an sich. Aber der ist so intensiv, dass ich es nicht benutzen kann. Also das Setting Spray benutze ich auch nur, weil der Sprühkopf gut ist und das Finish auf der Haut gut ist. Genauso wie dieses Serum, dass es wenigstens nicht parfümiert. Das kommt in der sehr hochwertigen Verpackung und es hat sich sehr viel Mühe gegeben. Qualitativ, Spray und das Serum sehr, sehr gut. Der Augenstick war für mich trash. Das war einfach nur Vaseline in Stiftform. Und diese Creme hat für mich gar nicht funktioniert. Das Make-up hat sich gepellt. Das Make-up hat crusty ausgesehen und das war viel zu viel. Und wenn ich sage, etwas ist viel zu viel, Freunde, dann wisst ihr, dass das wirklich viel ist. Also ich konnte es nicht benutzen und das tut mir auch total leid, weil ihr wisst, ich bin ein sehr supportive Kollege, egal ob Niki Tutorials oder eine kleine YouTuberin mit 10.000 Abonnenten. Völlig egal. Ich supporte jeden, der eigene Produkte rausbringt, wenn die Produkte gut sind. Und teilweise sind sie gut, teilweise nicht. Aber es fällt mir halt immer sehr schwer, dann auch wirklich Kritik zu äußern, die nicht nur Kritik ist, sondern wo ich sage, das Produkt ist einfach trash. War leider bei der Creme für mich so. Das Serum ist gut, es hinterlässt einen schönen Glow auf der Haut. Man darf wirklich nicht zu viel benutzen, weil sonst wird es einfach zu speckig und zu viel. Ich habe das Serum für Halloween benutzt, weil das einen sehr, sehr schönen blauen Schimmer hat und man damit SFX Make-up machen kann. So wie so kleine blaue Augentropfen, Augentränen, als hätte eine Fee geweint. Dafür ist es gut. Ich bin gespannt, ob ich es aufbrauche, aber ich habe was anderes. Ihr wisst, Gucci kam dieses Jahr mit Make-up raus. Und die Foundation an sich mag ich sehr, sehr gerne. Aber sie kam natürlich auch mit einem Primer raus. Und das ist das Silk is Priming Serum. Kommt in dieser super hochwertigen Flasche. Das Gucci-Erlebnis war da. Es war sehr, sehr schön. Aber das ist ein Primer, der so ein bisschen Pore-Blurring sein soll. Aber ganz ehrlich, das Ding kostet 60 Euro. Und egal, ob es Luxus-Make-up ist oder nicht, das ist eins zu eins dieses Balea Vital Serum. Es riecht sogar gleich. Es riecht gleich. Außer der Unterschied, der das Serum von Gucci macht, dass es mattiert so ein bisschen. Deswegen habe ich das jetzt auch nur in der T-Zone aufgegeben. Das ist so ein Produkt, selbst wenn du super, super viel Geld hast, dann musst du ja nicht etwas kaufen, nur weil da Gucci draufsteht. Und das ist etwas, was mich persönlich so ein bisschen gestört hat. Ich weiß, Luxus-Make-up generell ist nichts, was man kauft, weil die Sachen noch besser sind. Sondern meistens kaufst du das halt für einen Namen. Und das siehst du auch hier in den nächsten Produkten gleich. Hat mich nicht überzeugt, vor allen Dingen nicht für das Geld. Und ich möchte gleich weiter anschließen. Ich hatte ein TikTok gesehen, was viral gegangen ist. Und das ist von Chanel, das Le Beige. Ein Eau de Tint Water Fresh Tint. Ich nehme mal nur so einen kleinen Spritzer hier mit raus. Das sind wie so kleine Kaviarkügelchen, die aufplatzen. Und dann hast du so eine ganz, 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 ganz leichte Foundation, würde ich es nicht mal nennen. Das ist eigentlich nur so ein getöntes Wasser. Problem dabei ist, es ist recht stark nach Chanel parfümiert. Es sieht so als Primer sehr gut. Aber ich vertrage das nicht. Das ist ganz verrückt. Und diese ganzen Luxusdinger, die Duftstoffe, die da drin sind, Luxusmake-up muss natürlich immer beduftet sein. Und zwar nicht, dass es leicht riecht, dass die Inhaltsstoffe überdeckt sind. Manchmal macht es Sinn, ästhetisch zumindest Duftstoffe reinzumachen, um einen anderen Duft auszugleichen. Aber das ist ja wirklich parfüm. Und ich vertrage das nicht. Deswegen kommt das, es kommt nicht weg. Ich benutze das nur, wenn ich irgendwie ganz kurz Make-up trage. Aber den ganzen Tag, ich kriege sofort so kleine Pickelchen und kleine Puskelchen auf der Haut. Und das ist einfach nicht schön. Und auch für 60 Euro. Das ist 60 Euro teures Wasser mit ein bisschen Farbe. Dann nimmst Du Dir hier, guck mal, gehst Du zu Rossmann, holst Du Dir so ein Wasserspray, sprühst Du Dir in die Hand und machst einen halben Tropfen von einem Concealer mit rein, hast Du genau das selbe Ergebnis, ohne dass Du Pickel kriegst. Also das ist wirklich, war ein bisschen, habe ich mich geärgert. Weil ich meine, ich habe auch 60 Euro dafür ausgegeben. Und da bin ich dann natürlich immer nochmal wütender, wenn ich mein eigenes Geld dafür ausgegeben habe und es dann nicht funktioniert. Deswegen freue ich mich, dass Ihr meine Videos schaut und ich Euch zeigen kann, welche Produkte sind gut, wo lohnt sich was, wo lohnt sich es nicht. Und ich probiere wirklich so viel, wie es geht, an Content zu machen für Euch, dass Ihr seht, wo könnt Ihr was kaufen und wo lasst das einfach lieber sein. Eine Sache, die mir ein bisschen schwerfällt zu reden, darüber zu reden, ist Ihr Maquiage. Ihr habt gesehen, ich trage mal die Foundation auf. Ihr habt gesehen, dass ich mit der Firma zusammengearbeitet habe. Du kannst da auf der Seite so ein Foundation-Quiz machen und ich werde heute noch jeden Tag auf dieser Werbung markiert. An sich ist die Foundation gut. Ihr seht es, die Farbe ist super, super gut. Also falls Ihr Euch gefragt habt, ob dieses Foundation-Quiz funktioniert, tut es. Deswegen habe ich die Werbung auch gemacht und die Foundation an sich ist auch gut. Allerdings ist dann so ein bisschen was passiert. Und da plaudere ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Mein Vertrag ist ausgelaufen, Gott sei Dank. Und jetzt kann ich darüber ein bisschen reden. Ich habe mit E-Maquiage zusammengearbeitet auf unbezahlter Ebene. Ich habe den Content gemacht. Ich habe mich halt tierisch darüber gefreut, dass ich für den Launch angefragt wurde, den Launch nach Deutschland zu begleiten. Dann bin ich natürlich froh, wenn ich Content für Euch produzieren kann und Sachen einfach vorab schon mal testen kann. Und dann sage ich auch, okay, dann möchte ich kein Geld dafür. Ich freue mich, wenn ich das Produkt kriege. Ist das wirtschaftlich richtig? Nein, aber es geht hier nicht nur ums Geld. Das ist halt ganz wichtig, dass ich das kommuniziere mit Euch. Und ich habe diese Werbung gemacht. Und das Problem war die Werbung, die Menge an Werbung, die sie dann zugeschickt haben. Also erstmal, ich kriege am Tag drei E-Mails von denen. Jetzt nicht mehr. Ich habe mit denen geschrieben. Und dann ist etwas passiert, was mich persönlich super, super verletzt hat. Ich habe Content für die produziert und es gab auch einen Teil, wo man seine Stimme... Also du hast das Video und du hast die Tonspur. Und sie haben meine Tonspur auf jemand anderen gelegt. Und das ist was anderes, was Persönliches, was da ist. Das ist völlig egal. Das tut hier nicht zur Sache. Da rede ich nicht drüber. Aber sie haben halt meine Tonspur auf ein anderes Video gelegt, sodass viele Leute gedacht haben, dass meine Worte auf ein anderes Video gesetzt wurden. Und das geht halt gar nicht, zumal das vertraglich auch ausgeschlossen war. Und die Firma ist in New York und erreicht dort mal jemanden per Instagram. Weil meine Ansprechpartnerin, mit der ich die Kampagne gemacht habe, die hat die Firma verlassen. Und demnach gab es keine Ansprechpartnerin mehr. Und das war ein riesen, riesen Drama, dass diese Werbeanzeige gelöscht wurde. Weil das sehe ich nicht ein, dass meine Stimme einfach unter andere Leute gesetzt wird. Und dann auch noch unter Leute, mit denen ich persönlich nicht zurechtkomme. Ist eine andere Sache. Die Foundation an sich ist ganz gut. Aber diese Menge an Werbung ist einfach zu viel gewesen. Und persönlich hat das auch einfach mit der Firma nicht funktioniert. Deswegen habe ich das da mit reingenommen. Es hat mich tatsächlich echt sehr viel Arbeit und sehr viel Geld gekostet, dass diese Werbung gecancelt wurde. Und ich dachte, ich rede da ein bisschen drüber. Ich hatte euch das ganze Jahr immer so ein bisschen versprochen, dass ich über ein Thema rede, was auch mit sehr viel Geld verbunden war. Wenn ihr wollt, es geht um meine eigene Marke, Giacomo Cosmetics. Dann mache ich dazu ein Video. Vielleicht mache ich das Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wenn ihr alle so ein bisschen mehr Zeit habt. Es geht um Unterlassungserklärungen. Es geht um Patentstreite. Es geht um NDAs. It's a lot. Und das berührt mich tatsächlich immer noch sehr, weil das einfach so nervenzerreißend war und ich nicht mit jemandem darüber sprechen konnte. Ihr seid ja meine Freunde. Und wenn etwas uns als Familie, als Community betrifft und ich dafür Stunden bei Anwälten, in Gerichten, überall sitzen muss, um etwas zu klären, aber es nicht teilen darf, was da passiert ist, das hat mich dieses Jahr ziemlich, ziemlich mitbekommen. Vor allem zur Mitte des Jahres, Mai, Juni, als das alles passiert ist, war das sehr emotional aufregend für mich. Und wenn ihr wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da mache ich dann ein komplettes Video zu. Ich zeige euch die Produkte, die niemals mit meiner Firma rauskommen werden. Ich erzähle euch, wo es nächstes Jahr mit meiner Firma hingehen wird. Es wird sich einiges ändern müssen, beziehungsweise eigentlich jetzt nicht mehr, weil ich habe den Streit gewonnen, aber ich kann es nicht mehr. Ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen. Ihr habt etwas aufgebaut und es wird euch von einer Person weggenommen, die jeder kennt und man kann nichts dagegen machen. Und das war wild dieses Jahr. Nevertheless, ich habe einen Concealer, beziehungsweise so ein, also das habe ich nicht verstanden, Freunde, von Fenty Beauty hier, die Bright Fix Eye Brightening Concealer, habe ich in mehreren Farben. Also als ich die Werbung dafür gesehen habe, dachte ich, wow, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ein Produkt, was so Puder ähnlich ist, aber trotzdem in Cremeform, was super schön unter den Augen ist, was super schön ohne Make-up aussieht. Und das war einfach Quatsch. Das ist eine ganz, ganz kleine Tube. Das Packaging ist sehr cheap, fand ich. Es hat für mich nicht das gemacht, was ich wollte. Also ich habe mir darunter eher wie so ein Color Corrector vorgestellt, den ich mir unter das Make-up geben kann. Wobei ich jetzt gerade sagen muss, so mit dem Pinsel aufgetragen gefällt es mir ziemlich gut. What is this? Das ist das Schöne bei den Videos, ne? Ich habe das ganze Jahr mich darüber geärgert und dann benutze ich das und dann sieht es gar nicht schlecht aus vorbei. Ich glaube, ihr seht das. Das Problem bei diesem Produkt ist, dass es zu viel Puderanteil drin hatte, um natürlich zu korrigieren. Und dadurch sieht das aber auch recht schnell recht crusty aus auf dem Gesicht. Und ich habe das in PR bekommen, habe aber die falschen Farben bekommen und habe mir das dann nochmal in, glaube ich, vier Farben selber nachgekauft, um die richtige Farbe zu finden, weil ich sehr viel Hoffnung da reingesetzt hatte in dieses Produkt für mich. Und weiß ich nicht. Also das ist einfach ein schlecht deckender Concealer, der sehr pudrig ist. Also würde ich nicht nochmal benutzen. Wenn man wirklich nur eine leichte Deckkraft und kein Make-up tragen möchte, dann ist es okay. Aber ich glaube, das Ding hat auch 20 Euro oder so gekostet. 24 Euro, ein so ein Ding, das war es nicht wert. Wow, es ist so krass gerade, weil ich jetzt endlich das Thema so ein bisschen ansprechen konnte. Was mir das ganze Jahr auf der Seele gelegen hat und mich so mitgenommen hat. Und es ist gerade wild. Wir machen weiter, Freunde. Ich habe einen Cream Bronzer von Anastasia Beverly Hills. Ich muss sagen, dass die Farbe Hazelnut Anastasia hat dieses Jahr kein gutes Jahr gehabt, würde ich sagen, was Make-up anging. Es gab natürlich einige Situationen, glaube ich, für die Marke, die einfach politisch, nicht politisch, PR-technisch nicht so einfach waren. Und das Ding ist halt einfach Quatsch gewesen. Also ihr werdet sehen, es gibt so Produkte, wo ich mir denke, okay, manchmal macht es halt keinen Sinn, ein Produkt rauszubringen, nur damit man es im Sortiment hat. Und das ist so ein Ding gewesen. Ich fand das nicht gut. Das ist ein Cream Bronzer, der recht fleckig wird, wenn man ihn nicht ordentlich einarbeitet. Er ist viel zu pigmentiert. Das ist ganz verrückt, weil wir sind halt immer so auf Pigment, Pigment, Pigment. Aber in manchen Produkten macht das nicht so viel Sinn, so viel Pigment reinzumachen, dass es schwierig ist, das auszublenden. Ihr seht, das ist einfach eine super unschöne Farbe. Das Produkt trocknet recht schnell aus, wenn man es offen lässt. Ich muss es schon mal einsprühen. Und also da würde ich dann eher zum Beispiel zu dem Fenty Beauty Cream Bronzer tendieren. Ich sette mein Make-up mit, leider auch wieder von Fenty, dem Pro Filter Soft Mud Powder. Das ist eine Puder Foundation. Und ich bin so ein bisschen, was Puder Foundations angeht, immer so ein bisschen schwierig. An sich ein ganz, ganz tolles Produkt. Das Problem ist nur, was man halt nicht weiß, wenn man sich nicht intensiv mit Reviews auseinandergesetzt hat. Und ich muss sagen, viele Reviews, die ich gesehen habe, waren einfach nicht ehrlich. Und an sich sieht die Foundation schön aus. Das Problem hiermit ist nur, wenn du sie als Foundation benutzt, also wirklich mit einem Schwamm hier reingehst und das dann in dein Gesicht presst. Das ist natürlich eine Puder Foundation. Das sieht nicht immer schön aus. Und sie oxidiert. Und sie oxidiert sehr, sehr stark. Und zwar jede Farbe. Und das muss man halt wissen, wenn man sich das kauft. Ich habe einen Wear-Test gemacht. Ich glaube, das war sogar im Dezember letztes Jahr, als sie rauskam. Und habe dann Pakete weggebracht, als, stimmt, als mein Face Art rauskam. Und stehe dann an einer Briefkastenstation und werde halt so komisch angeguckt von jemandem. Und bin dann ins Auto, habe meinen Wear-Test gemacht und ich sah aus wie ein Opa-Lumba. Ich war so orange. Weil du natürlich, wenn du es nur als Puder benutzt, ist es wunderschön. Du siehst es. Na, das ist sehr ausgleichend. Das sieht sehr natürlich aus auf der Haut. Aber wenn du es wirklich als Puder Foundation mit diesem Schwämmchen aufträgst, dann hast du einfach so eine dicke, fette, crusty Puderschicht drauf, die komplett orange wird. Ich weiß nicht, wie es bei den dunkleren Farben gewesen ist. Aber bei den hellen Beige-Tönen habe ich das zumindest öfter schon gehört. So als Setting-Puder ist es cute. Ich habe noch was anderes, Freunde. Und jetzt ist es sehr Kylie-lastig. Kylie Cosmetics kam nach Deutschland. Und ich habe mich persönlich gefreut. Ich war früher, als ich noch nicht mit YouTube angefangen habe, ein großer, großer Fan von Kylie Cosmetics. So die ersten Liquid Lipsticks waren ja auch die ersten Liquid Lipsticks, die es überhaupt gab. Und sie hat auch eine komplette Reihe an Make-up rausgebracht. Und ich muss sagen, ich habe mich immer so ein bisschen geweigert, die Sachen aus Amerika zu importieren, weil es natürlich auch einfach super, super teuer ist. Und mit dem Zoll ist es recht schwierig. Jetzt kam das Ganze nach Deutschland. Und ich habe die Sachen gekauft. Und sie sind auch per se nicht schlecht. Außer ein Produkt. Für mich zumindest. Also ganz, ganz wichtig. Natürlich ist das nur ein persönliches Gefühl, was ich von den Produkten halte. Wenn bei euch ein Produkt funktioniert, freue ich mich darüber tierisch. Ich muss sagen, dass die Qualität der Produkte cheap ist. Also das ist so richtig günstig, das Make-up. Und ich weiß nicht, woran es lag. Ich glaube, es gab auch hier einen Patent- und Rechtsstreit mit ihr und mit Colourpop, glaube ich war das. Dass die Sachen, bei denen produziert wurden, dass es gang und gäbe. Ich erzähle hier aus dem Nähkästchen. Und dann gab es halt ein Problem. Ähnlich wie bei mir. Und sie hat dann halt alles komplett neu gemacht und die Formulierung geändert und so. Und hat das dann jetzt, ist jetzt ihre Produktion. Und das ist natürlich, also um so ein bisschen zu erklären, wie dieses Make-up-Business funktioniert. Kleinere Firmen produzieren unter, produzieren gerne bei anderen Firmen das Make-up in deren Firma. Haben eigene Formulierungen, haben eigene Ingredients, Inhaltsstoffe. Aber die fügen das nur zusammen, weil sie einfach die Kapazitäten dafür haben und die Manpower haben, Produkte herzustellen. Das ist gang und gäbe und das ist auch nichts Schlimmes. Und so war es auch bei Kylie. Und sie hat das, glaube ich, bei Colourpop gemacht. So, dann haben sie sich gestritten und jetzt hat sie ihre eigene Produktionshalle. Ich meine, die Frau hat ja auch wirklich einiges an Geld und konnte das jetzt umsetzen. Und die Sachen sind dann nach Deutschland gekommen, um einfach zu expandieren. Und die Sachen sind gut, aber die sind halt nicht das Geld wert. Weil am Ende ist es immer noch qualitativ. Ich will nicht sagen, dass Essence Catrice schlecht ist qualitativ. Sind sie ja nicht, aber sie sind halt auch günstig. Und das ist halt teuer und hat halt dieselbe Qualität. Also nicht schlecht, aber halt für das, was es ist, zu teuer, meiner Meinung nach. Genauso wie dieser Blush. Das ist eine schöne Farbe, aber ich finde, dass die Sachen zu sehr gehypt waren. Und das ist nicht pigmentiert. Vor allem der Blush nicht. Und das ist auch nicht das Make-up, was Kylie Jenner benutzt. Und das ist halt so ein bisschen, was mich persönlich daran, glaube ich, gestört hat. Du, Kylie Jenner ist ja eine Influencerin im Großen und Ganzen. Und ihre Fans kaufen das Make-up, weil sie so sein wollen wie sie. Weil sie sich mit ihr identifizieren können. Und wenn du nicht deine eigenen Produkte benutzt, dann ist es nicht so glaubwürdig, glaube ich. Und das hat mich halt auch so ein bisschen gestört. No tea, no shade. Generell, ihr kennt mich. Ich will niemanden bashen. Ich erzähle euch einfach nur meine Gedankengänge. Ich weiß, das wird manchmal, manche Leute verstehen es, manche Leute verstehen es nicht. Am Ende sieht das Make-up jetzt auch gar nicht schlecht aus. Das ist ja oft so, dass die Sachen dann trotzdem gut funktionieren. Aber einzeln würde ich sie halt nicht benutzen. Und ich denke halt oft daran, okay, ihr arbeitet viel für euer Geld und gebt dann 26 Euro für einen Blush aus. Muss das sein? Nee. Und das ist halt so ein bisschen mein Credo, dass ich mich hier hinsetze und sage, okay, das lohnt sich und das lohnt sich nicht. Und auch, das ist, so ist es. Ich habe hier eine Palette da, ich habe sie jetzt mal mit reingenommen, um euch zu zeigen, was ich meine. Das ist von Jaclyn Cosmetics. Man kann von ihr halten, was man will. Das ist eine Highlighting-Palette. Die ist extrem gut pigmentiert. Also ihr seht sofort, man kann gut highlighten. Aber kauft dir einen hautfarbenen, in deiner Hautfarbe hautfarbenen Lidschatten und du kannst dasselbe machen. Ganz ehrlich. Oder von NYX. Ihr wisst, auch NYX und ich persönlich ist ein anderes Ding. Aber ich sage dann halt auch, wenn etwas gut ist. Und zum Beispiel gibt es ja diese Contour-Palette von NYX. Die ist super. Kauft die euch. Kostet ein Viertel davon. Und jetzt etwas, da habe ich auch ein ganzes Video dazu gemacht. Ich gucke mal, dass ich euch das verlinke. Zara. Zara hat Make-up rausgebracht. Und die Idee dahinter war gar nicht schlecht, dass man wirklich eigentlich nur einmal die Verpackung kauft und dann diese Refills kauft. Aber es war nicht günstig, das Make-up, muss man sagen. Es war wirklich nicht günstig. Und qualitativ war das auch cheap. So ein bisschen billig. Und da bin ich dann halt, wo ich mir denke, okay, muss das sein? Nein, nicht unbedingt. Es gab viele verschiedene Paletten. Die Farbe hier mochte ich sehr gerne. Das ist so ein richtig schöner Transition-Ton, um die Lidfalter zu verdunkeln. Aber ich glaube, die hat auch 26 Euro gekostet. Und das ist einfach zu viel Geld. Das, was es ist. Also das ist... Ich habe so ein kleines Problem damit, wenn Firmen in Unternehmenssparten reingehen, weil sie wissen, da liegt Geld. Ich meine, wirtschaftlich muss jeder denken, für sich persönlich und für seine Firma, alles in Ordnung. Aber das ist halt cheap-ass Make-up. Pudrig, staub, das ist nicht krass pigmentiert. Und das ist einfach zu teuer. Auf mein bewegliches Lid gehe ich hier mit diesem dunklen, lilanen Schimmerton. Ich sehe halt aus, als hätte ich mich geprügelt. Also auch die Color-Story hier ist jetzt nicht das Gelbe von Mai. Freunde, ich bin gespannt. Schreibt mir doch gerne einmal in die Kommentare, welche Produkte euch dieses Jahr enttäuscht haben. Mit was ihr nicht klarkamt. Wo ihr euch vielleicht ein bisschen mehr von erhofft habt. Da bin ich echt gespannt. Weil, klar, es gibt immer Flops und es kann nicht immer jedem was gefallen, wenn hier ein Produkt dabei ist. Wie gesagt, ich freue mich, dass es für euch dann funktioniert hat. Aber das waren einfach Produkte, wo ich mir persönlich auch ein bisschen mehr erhofft habe. Schaut mal, ich kriege das gar nicht ausgelendet hier. Ich lasse das mal so. Ich trage jetzt eine Mascara auf. Da habe ich tatsächlich keine, die mich enttäuscht haben, sondern viele, die mir wirklich gefallen haben. Beispielsweise die Lash Paradise Mascara in Braun. Passt auch super gut hier zu so einem lilanen Look. Aber ich möchte mir gerne noch was auf die Lippen geben. Und da die Kylie Liquids Liquid Lipsticks. Es ist krass, wie sich das geändert hat von, das sind die Liquid Lipsticks überhaupt. Sie hat die Liquid Lipsticks überhaupt in den Markt gebracht. Und waren gehypt. Und ich habe hunderte Euro wirklich für Candy K, Dolce K und Cort K ausgegeben. Heute hat jede Marke Liquid Lipsticks. Und die sind besser. Und sie hat halt die Formulierung zwar geändert. Ich finde aber nicht zum Besseren. Sie trocknen komisch an. Die sehen dry aus. Die fühlen sich dry an. Und sie sind leider nichts mehr Besonderes. Und manchmal ist es in Ordnung, wenn man einfach so einen Cut macht und sagt, okay, wir haben etwas revolutioniert in der Beauty-Industrie. Aber wir hören damit auf. Oder wir müssen es nicht nochmal verbessern. Weil sie haben es verschlimmbessert meiner Meinung nach. Und das ist der Look mit Produkten, die mich dieses Jahr enttäuscht haben. Er ist jetzt am Ende, ist ja nicht schlecht geworden. Aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine damit, wenn ich sage, okay, was hat mich gestört, was würde ich vielleicht anders machen. Und ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, ihr habt wunderschöne Weihnachtstage, freie Tage. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Vielen Dank für dieses wundervolle Jahr. Wir sehen uns selbstverständlich am Montag hier wieder am 27. mit. Ja, mal schauen, worauf ihr das habt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.